Hallo, ich bin die Katrin, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Wie bin ich zu Forever gekommen? Ich habe in der Karrenzschule zu mir überlegen angefangen, was ich danach machen mag. Für mich war eben wichtig, dass ich mir Zeit vereidern kann, dass ich für meine Kinder da sein kann. Ja, ich habe dann die Produkte probiert von Forever und die haben mich so überzeugt, dass ich mir gedacht habe, so jetzt probierst du es einfach einmal. Ja, für mich war es einfach die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und ich kann es jedem nur weiter empfehlen.